So, und dann können wir den hier eigentlich alles weg machen und uns hier nochmal an dem Ding lang hangeln. Okay, hier wäre quasi das da. Eins, zwei, drei, okay. Gut, dann sollte ich vielleicht mal hier eine Kiste herholen, damit wir nicht den ganzen Spaß immer wieder zurücklaufen müssen. Ist ja eh ganz schön duster. So. Dann würde ich hier vielleicht mal ein paar Sachen ablegen, dich zum Beispiel, ja, die Kohle vielleicht auch. Steine, 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 die würde ich gar nicht behalten. Schotter, Schotter, den würde ich gar nicht behalten. Dieses Gezuppel hier können wir weg machen. Wir können hier eigentlich auch schon wieder einen Ofen hinbauen. So, eine Kiste würde ich gerne mitnehmen. Ach, eigentlich können wir alle mitnehmen. Und dann können wir echt wieder weiter zurück. Und hier wieder hoch. Und hier da rüber. Und dann würde ich hier eine Kiste hinsetzen. So. Ja. So, eine Kiste. Dann können da die Kisten wieder rein. Dann würde ich hier nochmal Inventar sagen. Und dann kann da nochmal eine Spitzhacke hin. Und dann können wir hier nämlich weitergraben. Uah. So. 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 Gut, da würde ich auf jeden Fall mal in die Tiefe O4 gehen. Und da würde ich auf jeden Fall auch nochmal reingehen. Was ist das? Ach, das ist irgendein Gezuppe. So, und dann können wir da nochmal rein. Da nochmal rein. Und da nochmal rein. Und das da unten, das sieht mir eigentlich fast so aus, als ob ich da irgendwie hin möchte. So, dann machen wir hier vielleicht noch eine Fackel hin. Eins, zwei, drei, vier. Und du kannst weg, und du kannst weg. So, dann will ich dich weg haben. Eins, zwei, drei, vier. Du kannst weg, du kannst weg, und du kannst weg. Och, du kannst auch weg. Okay. So, und dann würde das ja hier weiter gehen. Dann haben wir da jetzt eine kleine Nische. Und eins, zwei, drei, vier. Und du kannst weg, und du kannst weg, und du kannst weg. Genau. So. So. Und dann können wir da nochmal rein. Und du kannst nochmal weg. So, super. So, dann wollte ich dich noch haben. Drei und vier. Und eins und zwei und drei und vier. So, dann setzen wir hier vielleicht nochmal eine Fackel hin, damit wir auch ein bisschen was sehen. Aber nur ganz wenig. So wirklich viel sehen wollen wir ja überhaupt gar nicht. Und dann haben wir dich und dich. So, und dann würde ich hier mal ums Eck gehen und da mal gucken. Okay, das ist aber nur zur Hälfte das, was ich eigentlich haben möchte. Wenn ich jetzt da hinten aber weiter grabe. Also, wenn ich jetzt so mache. So einfach, jo, jo, passt schon. Dann habe ich ja schon wieder keinen Boden mehr unter den Füßen. So, also das ist in Ordnung. Wir machen da wirklich rundumschlag vier Felder rein. Genau, wunderbar. Also, damit wir auch ein bisschen einen Weitblick haben. Okay. Dann geht es hier einfach weiter. Oha. 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 Ist das sowas wie der Dinger oder wie? Oh, scheiße. Äh. Cool. Ich finde es auch faszinierend, dass der es schafft, Stein zu verbrennen. Und warum ist der jetzt nicht nachgefüllt worden? Also, ein bisschen sowas wie der Enderman, ne? Okay. Vier Licht, bitte. Hey, 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 hey. Da filmen wir bloß in Ruhe ein bisschen, äh, bisschen baggern. Oder graben. Und dann kommt da sowas raus. Eieiei. Und Schaden hat er auch ganz schön gemacht. Okay, ich würde hier ganz gerne mal ein bisschen Licht an die Wand hauen. Dankeschön. Vor allem mit dieser ganzen Lama ist das ja auch nicht so ohne. Okay, würde ich mal hier so hauen. Also, da geht es ja jetzt quasi darum, wo ich dann weiter haue. Also, das ist einfach nur weg. Okay. Dann kann man hier theoretisch weitermachen. Okay, da geht es dann nicht weiter. Das heißt, hier geht es ein Stück rein und da geht es ein Stück rein. So, dann machen wir hier nochmal Licht. Aber mal ernsthaft. Das kann theoretisch ganz schön Probleme bringen. Okay, dann machen wir später. Ich würde jetzt erstmal hier und hier. 3, 3, okay. 3, 3, 4 und H, 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 H und H. Okay. Okay. So, das heißt, hier ist wieder Licht. Das heißt, hier geht es. Hier ist wieder Licht. Wir gehen ein Stück vor. Hier geht es wieder weiter. So. Okay. Und weiter geht es. Okay. Okay. So, dann würde mich mal interessieren, da und da. Also müsste man theoretisch da weiter rein können. Geht es da wieder ums Eck. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob es nicht sind. Sinnvoller wäre quasi zu sagen. Ich hau die unten weg. Okay. So. Aber wenn wir ja jetzt hier sind. Wenn wir jetzt ja hier sind. Dann würde ich ja eigentlich noch ein Stück da rein wollen. Ich will ja eigentlich einen Abstieg nach da unten auch haben. Damit wir auch quasi auf dem Niveau da weiterlaufen können. Und deswegen ist gerade die Frage, also mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier so einen schicken Dinger haben. Ist ja momentan die Frage, ja, aber den würde ich dann fast nutzen, oder? Das sind ja auch drei. Dann würde ich hier vielleicht noch sagen. Eins, zwei. So. Genau. Dann würde ich eigentlich fast da rüber gehen. Und das sagen, okay. So. Und dann gehen wir hier einen runter. Und hier vielleicht auch schon wieder einen. Dann können wir ja da wirklich gucken. Je nachdem, wie man da rauskommt. Aha. Upsale. Das war der falsche Weg. Dann müsste man ja hier gucken. Das ist übrigens zu früh. Ich wollte es eigentlich erst so haben. Genau. Da soll es runtergehen. Also einmal, zweimal, dreimal, runter. Einmal, zweimal, dreimal, runter. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist auch schon zu weit. Also eigentlich macht es so viel mehr Sinn, wenn ich das so mache, wie ich es gerade mache. So. Genau. Also einmal du, einmal du. Dann geht es hier rüber. Dann geht es hier.